Willkommen bei der Schreinerei Emminger in Deizlingen. Mein Name ist Sarah. Ich habe letztes Jahr meine Ausbildung beendet und arbeite in der Schreinerei Emminger. Die Firma, in der ich auch Ausbildung gemacht habe und sie hat mich übernommen. Ich bin die Annika, ich bin 24 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich bin die Sina, ich bin seit sieben Jahren im elterlichen Betrieb in der Schreinerei Emminger und unterstütze meinen Vater Tatkräfte. Ich bin stolz auf unser Team und ich bin stolz, dass wir zwei Mädels bzw. mit mir drei im Team sind. Dass wir unsere Männer ab und zu auch mal zeigen können, wo der Hammer hängt. Also Aufträge oder Fertigungen machen wir immer im Team. Und zwischendurch mache ich auch einfach mal einen Zwischenschritt, den ich alleine mache oder wo man mir einfach Verantwortung überträgt. Und da brauche ich dann niemanden, der mir auf die Finger schaut. Dadurch, dass man eigentlich mit jedem Mal zu tun hat, ist es auch immer abwechslungsreich und macht Spaß, einfach zusammenzuarbeiten. Man lernt sich kennen, man lernt auch die Arbeitsweisen von den Einzelnen kennen und kann sich aufeinander einstellen. Seit den sieben Jahren, wo ich jetzt hier bin, plädiere ich natürlich darauf, dass wir Mädels annehmen, egal ob als Gesellin oder als Auszubildende. Und die dann vielleicht später zu übernehmen. Ich freue mich natürlich, dass wir zwei so coole Mädels haben und ich echt stolz auf die bin. Und ja, es ist immer wieder was los und man versteht sich auch einfach nicht nur vom Arbeiter her, sondern auch einfach das Menschliche. Und ich würde auch am Wochenende mal mit denen definitiv weggehen. Wir halten den Laden am Laufen.